Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Ticket Adventure und der Region Mars und den Warteaufgaben. Ja, weil ich da eben gemacht habe mit dem Russen. Das war eigentlich nicht nötig mit dem Russen. Ich habe gerade mal geguckt. So, dann geht das hier nämlich ein bisschen schneller. Zack. So, dann kann ich dich mal da wegziehen. So, einmal. Ähm, zweimal. Was geht darüber? So, dann geht das nicht. Ähm, ja, okay. So. So. Ähm. Gut. Ähm, ach, Entschuldigung, den kann ich da rüber ziehen. Okay. Jut. Dann gibt's den Drago. Jut. Achso, da oben nochmal noch was. Ja, dann nehmen wir die anderen mit. Ähm. so dann einmal dahin einmal da hin dann jetzt da runter darum da brauchen wir nicht großartig viel zu kommen wir warten drinnen auf ihn hier ich muss erstmal gucken dass ich das hier weg mache da hinten geht es gleich weiter ach so da komme ich noch nicht dran wir locken ihn zu meinem monogramm ich habe es immer bei mir für alle fälle komm und versteck dich hab ich dich nimm den hinweis hier wenn ihr denn finde ok so dann geht es hiermit weiter und darunter ach so ja ok gut dann machen wir jetzt das hier und so jetzt geht es hier weiter und dann kann man hier weitermachen ok löse das rätsel und die dita ja ok zum geheimen tempel werden sich öffnen ja also du musst da hin damit bist du weg kommst zum schluss da hin dann nehme ich jetzt einmal dich du gehst runter du gehst da hin dann nehme ich dich ach so das geht so rum nicht sondern so rum ok und dann kann ich dich auch runterziehen und dann war das einmal das da wollen wir nicht mehr rein da wollen wir nicht mehr rein da können wir gerade hier noch ein bisschen abholen so dann gehen wir in den tempel so dann schauen wir mal wieder ein paar Spiele so die stehen fest da kann man direkt da weitermachen da kann ja noch ein so gibt es hier irgendwie einen beweglichen brauchen wir auch nicht so wie es aussieht ok gibt es hier irgendwo so gut so 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 den hätte man auch ziehen können so Nummer eins sieht es aus den Füßen ich weiß ja nicht ob sie es wussten ich weiß ja nicht ob sie es wussten das gibt es auch kein das gibt es auch kein was aber ne das geht auch nicht wie soll man das denn machen hier ähm vielleicht sollte man das mal na mal so ausprobieren schiebe die ich mal da hin so nehm ich dich und tue dich darüber so ich habe immer noch das Problem mit den beiden hier ne ne doch immer noch das Problem mit den beiden wie soll ich das denn machen hier zack in dem Moment wo ich den da hoch schiebe blockiere ich mich kann jetzt stehen dahin tun aber dann habe ich das Problem dass ich das geht auch nicht ähm der muss zum schluss dahin den kann ich darüber schieben das ist klar ja dann mache ich ja das ist mal wieder schwer heute ist mal wieder sehr schwer heute ähm ähm ne doch das funktioniert doch nicht das funktioniert nicht ähm das funktioniert nicht ähm ähm so das heißt da muss ich einen Anlass machen pass auf da muss ich einen Anlass machen so so dann nehme ich dich hier mit rum so ähm dann ziehe ich dich darüber dann gehst du dahin dahin und dahin und dahin und du gehst dann da runter so geht das so 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 unos momentos so dann so der ist weg der ist auch weg den kann ich dahin den kann ich dahin da muss er aber noch weg ok lesen lesen wir haben in dimensions ritter er ist tatsächlich beschütze des mares wächter des mares hat einen schönen klang ja dann bedanke mich für euch fürs zusehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auf meinen kanälen auf youtube auf twitter und auf kick bis zur nächsten folge und tschüss sagt der toto